Hallo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Kanal YouTube Millionär. Ich habe zum ersten Mal im November 2019 in die Tesla-Aktie investiert. Da war der Aktienkurs bei 60 Euro. Jetzt ist er zehnmal so hoch, bei ungefähr 600 Euro. Im ersten Quartal 2021 hat Tesla die Schätzungen für die Produktions- und Auslieferungszahlen übertroffen und alle schockiert. Normalerweise ist das erste Quartal eines jeden neuen Jahres immer ein bisschen schlechter als das letzte Quartal vom letzten Jahr. Doch dieses Mal war es zum ersten Mal anders. Q1 2021 war sogar noch besser als Q4 2020. Und stellt euch jetzt schon mal darauf ein, dass jedes neue Quartal, das jetzt kommt, immer wieder ein neuer Rekord sein wird. Das ist aber nur ein kleiner Grund, warum ich All-in-Tesla bin. Hier kommen meine Top 7 Gründe, warum ich mein ganzes Vermögen in die Tesla-Aktie investiert habe. Viel Spaß beim Video. Kurzer Disclaimer, das hier sind keine Investment-Tipps, sondern nur meine persönliche Meinung. Und ich bin kein typischer, ich sag mal deutscher Investor, der viel diversifiziert und das Risiko möglichst gering hält. Sondern ich versuche eine Investitionsmöglichkeit mit der besten Rendite zu finden und recherchiere dieses Unternehmen tot. Somit minimiere ich das Risiko, mein Geld zu verlieren und habe dennoch die höchstmögliche Rendite. Punkt Nummer 1, warum ich All-in-Tesla bin. Denn Tesla hat nicht nur die schnellsten Fahrzeuge, die jemals produziert wurden, sondern auch die sichersten. Punkt Nummer 2, Tesla hat den besten Autopilot-Algorithmus auf dem Markt, denn er ähnelt dem Menschen am meisten. Weil wie verhalten wir Menschen uns im Verkehr? Durch unsere Augen und unser Gehirn. Wer macht was als nichts ist? Was könnte passieren? Schaffe ich es noch? Schaffe ich es nicht? Ist das jetzt auch ein Hund, der auf die Straße springt, ein Mensch oder ein Ast? Und genauso funktioniert der Tesla-Autopilot auch. Sie haben Kameras und versuchen durch künstliche Intelligenz diese möglichen Gefahren eben zu evaluieren. Die Tesla-Flotte hat die meisten gefahrenen Kilometer, die den Autopilot mit zusätzlichen Daten füttern, damit dieser noch intelligenter wird und das autonome Fahren verbessern kann. Eigentlich ist ein Tesla auch kein Auto, sondern besser gesagt ein Computer auf Rädern. Und ich glaube, wir werden Fahrzeuge, die von alleine ohne Mensch fahren, schneller erleben, als man denkt. Und dann wird sich auch die Möglichkeit der Robo-Taxis für Tesla bieten. Also Taxis, die die Menschen ohne Fahrer herumfahren können. Die Preise für den Kilometer für den Nutzer senken sich dramatisch. Und der Umsatz für Tesla wächst dadurch natürlich auch erheblich. Deshalb wird die Aktie auch zum Mond gehen. Spätestens dann, wenn eben dieses autonome Fahren komplett gelöst und zugelassen wird. Und das wird meiner Meinung nach schneller passieren, als wir denken. Punkt Nummer 3 ist, Tesla hat Elon Musk. Meiner Meinung nach ist Elon Musk einer der intelligentesten Menschen der Welt. Er ist ein lebendes Genie. Ähnlich wie Albert Einstein zu seiner Zeit war, sehe ich Elon Musk jetzt. Und was noch viel wichtiger ist, er hat ein gutes Herz. So ist mein Empfinden, wenn ich mir Videos von ihm anschaue, die Mission von Tesla, einfach die Welt zu verbessern. Um genauer zu sein, den Übergang der Welt zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Das ist die Mission von Tesla. Und das merkt man auch, dass Elon Musk das wirklich vom Herzen will. Er ist bereit, seine Patente und so weiter an andere Automobilhersteller zu verkaufen, damit nicht nur das Autofahren sicherer wird. Man sieht zum Beispiel bei seinem Interview mit Sandy Monroe, wenn er darüber spricht, wie viele Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen, dass ihm fast die Tränen fließen. Er will das wirklich, das Autofahren sicherer machen. Deswegen wird er den Autopiloten erst wirklich auf die Straße lassen und zulassen, wenn er mindestens zehnmal so sicher ist wie der Mensch. Nicht nur wollen die weltbesten Ingenieure für entweder Tesla oder SpaceX arbeiten, hat Elon Musk selber auch so ein krasses Fachwissen und Verständnis für die einzelnen Bereiche seiner Firmen, wie kein anderer CEO weltweit, finde ich jedenfalls. Nummer 4. Disruptive Innovation. Disruptive Innovation ist, wenn eine veraltete Technologie durch eine neue ersetzt wird. Zum Beispiel früher, wo die Kutschen durch Verbrennungsmotoren ersetzt werden. Oder heute, wo die Verbrennungsmotoren durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Und meiner Meinung nach sind Fahrzeughersteller, die diesen Umschwung von Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge nicht rechtzeitig schaffen, erledigt. Die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Denn es sind nicht mehr viele Jahre, wo fast nur noch Elektrofahrzeuge herumfahren werden. Denn es lohnt sich einfach mehr vom Kostenaspekt her. Es wird sicherer sein und es wird einfacher sein. Und da hat Tesla einen enormen Vorsprung. Seit es das Unternehmen gibt, haben sie ihre Mission und wissen, wir wollen Elektrofahrzeuge herstellen. Sie haben so viele Jahre Vorsprung, weil die meisten Automobilhersteller erst jetzt oder sogar noch nicht mal auf die Idee kommen. Aha, wir müssen den Umschwung schaffen von Verbrennern auf Elektrofahrzeuge. Es ist aber echt fast schon zu spät, wenn sie da sich nicht was krasses überlegen oder mit Tesla kooperieren. Dann wird es schwierig für sie sein zu überleben. Nummer 5, Wachstum. Wie am Anfang gesagt, hat Tesla im ersten Quartal 2021 einen neuen Rekord aufgestellt. Sie haben ungefähr 180.000 Fahrzeuge produziert und 184.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Im Vergleich zum vorherigen Jahr Q1 2020, wo sie 102.000 Fahrzeuge produziert haben und 88.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben, ist das eine Steigerung bei der Produktion von 76% und bei der Auslieferung von 109% in einem Jahr. Und das, Freunde, ist erst der Anfang, denn die Gigafactories in Fremont und Shanghai werden noch mehr ausgebaut. Die Gigafactories in Berlin und in Austin werden erbaut und werden noch höhere Kapazitäten haben als die in Fremont und Shanghai. Und außerdem wird Tesla, ich denke mal dieses Jahr noch ein paar weitere Gigafactories bekannt geben, aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viel mehr Gigafactories erbauen und somit wachsen die natürlich immer schneller. Wenn wir beispielsweise annehmen, dass Tesla so viele Fahrzeuge ausliefert wie in diesem Quartal, im ersten Quartal 2021, dann kommen wir auf 720.000 Fahrzeuge in diesem Jahr. Aber dadurch, dass die Gigafactories in Berlin und Austin gebaut werden und die anderen noch ausgebaut werden und das Modell S und X in diesem Quartal gar nicht erst produziert wurde, weil sie da noch ein paar Verbesserungen gemacht haben, gehe ich davon aus. Und die Experten gehen auch davon aus, dass Tesla in diesem Jahr um die eine Million Fahrzeuge ausliefern wird. Und so sind die Schätzungen der Experten im Jahr 2030 diesen Wert verzwanzigfachen werden durch die stetige Expansion und 20 Millionen Autos jährlich ab dem Jahr 2030 ausliefern und produzieren werden. Punkt Nummer 6. Solar Tesla baut nicht nur Autos, sondern sie wollen auch die Welt im Bereich erneuerbare Energien verändern. Elon Musk sagt, dass Tesla Solar mindestens genauso groß sein wird wie der Automobilmarkt von Tesla. In Amerika haben ja schon sehr viele Häuser die Solardächer von Tesla und es macht einfach auch Sinn, wenn man logisch nachdenkt, dass man sich das Sonnenlicht als Energiequelle benutzt und zum Beispiel direkt für die Haushaltsgeräte oder um sein Tesla zu laden auch benutzt. Oder auch in Batterien speichert, um das etwas später zu benutzen. Und wenn man sogar zu viel Energie produziert, kann man das auch an die Nachbarhäuser verkaufen oder an das Elektrizitätsnetzwerk verkaufen, sogar da Einnahmen erzielen. Und somit werden wir in ein paar Jahren komplett erneuerbare Energien als Energiequellen nutzen und keine anderen Quellen mehr, die aus der Erde gewonnen werden und teurer sind und irgendwann leer gehen. Das Sonnenlicht wird nie leer gehen, zumindest nicht in den nächsten paar hundert Jahren. Punkt Nummer 7, Werbung. Richtig, Tesla macht keine Werbung. Warum? Weil sie brauchen es nicht. Warum? Weil sie haben ja eh schon die besten Fahrzeuge. Jeder, der sich ein Tesla kauft, nicht mal das, jeder, der ein Tesla fährt, ich weiß es, ich bin auch eingefahren, erzählt es weiter an seine Freunde und Familie und steckt diese einfach damit an, sodass die selber recherchieren und herausfinden, Ey, warte mal, Tesla hat einfach die besten Fahrzeuge. Warum fahre ich eigentlich noch einen Verbrenner? Hä? Finanziell? Lohnt es sich auch nicht mehr. Okay, ich hole mir einen Tesla. Kann ich mir nicht leisten. Halt, bald kommt der 25.000 Dollar Tesla. Okay, kann ich mir doch leisten. Ist sogar günstiger als meiner. Es lohnt sich nicht mehr Verbrenner zu fahren. Okay, ich hole mir einen Tesla. Ich erzähle es noch weiter. Mund-zu-Mund-Propaganda. Die ganzen Stars holen sich Teslas. Werbung wird automatisch gemacht auf so YouTube-Kanälen wie der hier oder auf anderen Kanälen, wo ich jetzt mein meistes Wissen herhabe, zum Beispiel von Solving the Money Problem. Ich mache ähnlich wie seine Videos, also dieses Video ist ähnlich wie ein seiner Videos, nur halt auf Deutsch, weil ich denke, das sollten mehr Leute verstehen, dass dieser Umschwung auf Elektrofahrzeuge einfach gerade passiert und wenn man es verpasst, ist halt schade. Das waren meine sieben Gründe, warum ich All-in-Tesla bin und warum ich glaube, dass obwohl sich der Aktienkurs im letzten Jahr von Tesla verzehnfacht hat, dass erst der Anfang ist. Ich schätze, dass sich der Aktienkurs von Tesla innerhalb eines Jahres mindestens verdoppeln wird. Erklärt mich für verrückt, aber es ist meine Meinung und keine Investment-Tipps. Und innerhalb der nächsten zehn Jahre wird sich der Kurs meiner Meinung nach verzehnfachen. Sprich, wenn ich heute 100.000 Euro in die Tesla-Aktie investiert hätte, dann würde ich in den nächsten zehn Jahren Millionär sein. Wir sehen uns in zehn Jahren, wo ich auf dieses Video reagieren werde. Haut rein!